Wenn ich jetzt auf Samtnell auf YouTube schreibe, der Toller ist die erfolgreichste Andergeklasse, wenn die Leute fragen, die sagen, der spinnt. Aber du hast natürlich recht, ja? Ich freue mich ganz herzlich zu begrüßen, Monika Rosen, bei Was Bitcoin bringt. Hallo Monika. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Du bist die Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft. Das ist sozusagen dein Hauptjob jetzt, aber du bist im ganzen Land bekannt als Geld- und Börse-Expertin und warst 20 Jahre lang die Chef-Analystin von Private Banking bei der Bank Austria. Ja, alles, was du gesagt hast, stimmt. Danke vielmals. Wie lange warst du insgesamt bei der Bank? Nicht ganz 30 Jahre. Also so den Großteil deines beruflichen Lebens quasi? Das, ja. Springen wir gleich einmal ins kalte Wasser. Wir wissen auch von Twitter, du bist auch so einer, bis heute das Erste, was du machst, wenn du aufstehst, erst mal Märkte checken, oder? Ja, gebe ich zu. Ja, Nachrichten und Märkte, ja. Was siehst du derzeit? Naja, darauf gibt es wahrscheinlich eine Reihe von Antworten. Die erste würde lauten, eine nie dagewesene Überlappung von Krisen. Ich glaube, das kann man schon sagen. Krieg, Energiekrise, Klimakrise. Das hat unlängst ein Kollege in einem Gespräch zu mir gesagt. Früher waren Krisen so sequenziell. Wir haben eine Krise gehabt, dann haben wir die irgendwie abgearbeitet, dann war die Zeit der Ruhe, dann kam die nächste. Aber jetzt passieren die gleichzeitig. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in dieser Form so meiner Wahrnehmung nach, zumindest in meinem persönlichen Zeitraum, den ich überblicke, noch nie gehabt haben. Welche Märkte? Wir reden über von den Märkten. Also was sind für dich so die Märkte? Was schaust du dir da an? Naja, ich habe natürlich schon einen sehr starken USA-Fokus. Also schaue ich mir sehr stark an, was haben die USA gemacht. Ich schaue mir verstärkt natürlich westliche Börsen an, Rentenmärkte zuletzt, verstärkt auch wieder Rohstoffmärkte. Aber das wäre so der Hauptfokus. Und kann man dort, wir haben jetzt immer noch hohe Kurse im Grunde. Es ist schon runtergekommen, aber wir haben hohe Kurse. Also kann man dort sehen, diese Überlappung von multiplen Krisen? Weil eigentlich, wenn man Krieg, Pandemie, Pipapo, wenn man sich das überlegt, haben sich die Märkte nicht eigentlich fast schon resilient gezeigt bisher? Das stimmt schon. Also das war eigentlich auch das Ergebnis der letzten oder eine der letzten Umfragen, dieser Fundmanager-Umfrage der Bank of America, Mary Lynch. Keine Apokalypse mehr, lautete die Überschrift. Also das stimmt schon. Für das, was wir eigentlich so vor uns haben, läuft die Börse eigentlich noch erstaunlich gut. Die ganz großen Untergangspropheten sagen ja, die wirklich große Korrektur wird erst kommen. Das ist ja auch vielleicht noch ein bisschen offen. Ist das etwas, was du erwartest, dass wir jetzt quasi nochmal ganz akut in einen weiteren Zinsschritt laufen und dann in einen weiteren Crash? Also Zinsschritt ja, weil davon auszugehen ist, dass die Notenbanken weiterhin hier an der Zinsschraube drehen werden angesichts der Inflationszahlen. Deswegen, das Wort Crash nehme ich ungern in den Mund, sage ich jetzt auch ehrlich. Das würde ich jetzt unmittelbar so nicht erwarten. Aber dass möglicherweise hier schon das Tief noch einmal zumindest getestet wird, ich glaube darauf, das kann man nicht ausschließen. Okay, das heißt Tief getestet, also wir gehen nochmal so tief, wie wir vorher waren und dann reden wir eigentlich von allen sogenannten Risk-Märkten, oder? Wahrscheinlich. Also im Mitte Juni war da das Tief und dann gab es eine relativ starke Gegenbewegung und eine der zentralen Fragen, die jetzt diskutiert wird, ist, haben wir das Tief damit schon sozusagen hinter uns? Testen wir das noch einmal an? Das ist meiner Meinung nach, vielleicht darf ich eines noch ergänzen, es ist sehr schwer, da eine konkrete Aussage zu treffen. Unter anderem, es ist immer schwierig hier natürlich, da mit den Prognosen muss man immer vorsichtig sein, aber in der derzeitigen Situation hängt das Marktgeschehen wieder einmal sehr stark von Faktoren ab, die nichts mit dem Markt zu tun haben. Wie der Krieg in der Ukraine läuft, ist die Pandemie wirklich vorbei, was ist mit der Energiekrise, Gaskrise, das sind Dinge, die jetzt nicht aus dem Markt selber kommen, sondern von außen wirken. Und das, finde ich, macht die Prognose hier auch noch einmal doppelt schwierig. Wir haben eine Krise erlebt, die aus dem Markt selber kam, das war die Finanzkrise. Richtig, ja. War das damals schlimmer? Weil das war schon ein ziemliches Untergangsszenario. Ja, also das stimmt natürlich schon, weil da war sozusagen die Finanzbranche selber das Epizentrum der Krise. Das ist sie jetzt nicht. Also das war schon anders. Umgekehrt muss man natürlich sagen, ich finde das unglaubliche menschliche Leid, dass da Menschen sterben, fliehen müssen, krank werden, was auch immer, das ist schon eine andere Dimension, die damals nicht da war. Was wir damals auch nicht erlebt haben, ist natürlich diese Infektion, was ja ein, frage ich jetzt mal, wirtschaftliches Phänomen ist, das wirklich jeden erreicht. Also das ist ja auch gesellschaftlich das Thema Nummer eins. Wie wird es da weitergehen? Naja, also dass die Inflation jetzt so schnell auf diese alten Tiefstände zurückfällt, ist, glaube ich, nicht zu erwarten. In einzelnen Punkten zeigt sich, dass sozusagen hier möglicherweise das Top schon hinter uns liegt. Nichtsdestotrotz war die Reaktion auf die jüngsten US-Inflationszahlen, weil sie eben schlechter hereinkamen als erhofft, sehr, sehr heftig eigentlich für meine Beobachtung. Also auch da gilt, das Ganze ist sicherlich mit Vorsicht zu sehen. Und es ist ja die eine Sache, wie die Zahlen hereinkommen, aber eine zweite dann auch, wie der Markt darauf reagiert. Das ist ganz interessant, weil es ein bisschen was anderes ist, als wir damals nach der Finanzkrise hatten. Das ist jetzt so, wo die Inflationszahlen so hoch sind, dass wenn die Inflationszahlen über den Erwartungen reinkommen, geht man davon aus, dass die Notenbanken noch stärker auf die Bremse steigen müssen und dann stürzt der Markt ab. Wenn die Inflationszahlen unter den Erwartungen reinkommen, geht er rauf. Habe ich das richtig? Das scheint jetzt einmal so zu sein, ja, dass man eben sozusagen hier sehr stark auch, ja, wie immer geht es weniger um die absolute Zahl, sondern wo liegen wir relativ zu den Erwartungen, ja. Ist das nicht alles ein bisschen absurd? Wieso absurd? Na ja, dieses Prozentpunkte, Zehntelprozentpunkte feilschen rauf, runter und das entscheidet dann, wo die Kurse hingehen, nur aufgrund einer Erwartung, was die weisen Herren und Damen in den Notenbanken mit diesen Zahlen machen werden. Na ja, ganz zentral ist hier dieser sogenannte Fed Pivot, also der Wendepunkt der US-Notenbank. Wann können die aufhören, so starke Zinsschritte setzen zu müssen? Wann kann da mal auch ein kleinerer Schritt erfolgen oder vielleicht sogar eine Pause? Und wenn das irgendwo in Sichtweite kommt, das wäre wahrscheinlich ein sehr starkes Signal für den Markt in Richtung einer Erholung, würde ich meinen. Deshalb ist das von so großer Bedeutung, weil alle jetzt sehr stark darauf fokussiert sind, auf diesen Fed Pivot, auf die Wende in der Geldpolitik. Auf die nächste Wende, also den Pivot vom Pivot, dass es wieder lockerer wird. Richtig, jetzt sind wir ja immer noch im Strafungsmodus, aber wann kommt da ein Ende der Fahnenstange in Sicht? Vielleicht kann ich es so ausdrücken. Das ist sehr stark der Fokus. Weil, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man quasi auch in den letzten Jahren dazugekommen ist und das nicht ganz, die Märkte nehmen immer die Zukunft vorweg. Absolut, aber das wissen wir, glaube ich, beide, ja. Ja, wir wissen es schon, aber kannst du uns erklären, was damit gemeint ist? Naja, das ist die alte Regel, buy the rumor, sell the fact. Also die Märkte nehmen ins Visier, was kommen wird oder was sie schätzen, was sie glauben, das kommen wird. Wenn das dann tatsächlich eintritt, ist das so ein bisschen, wenn ich so sagen darf, wie die Tageszeitung von gestern. Das haben wir schon durchgehäkelt. Und das inspiriert dann die Kursentwicklung nicht mehr, sondern dann fokussiert man sich eben auf das nächste Thema. Also in dem Moment, wo es eintritt, beschäftigt es die Börse sehr viel weniger bis nicht mehr, sondern es ist ein Thema, wenn das vorweggenommen wird. Ein perfektes Beispiel war zum Beispiel die Einführung von Bitcoin Futures 2017, 1.2017. Ja, da wurde auch, ah, die Futures kommen, die institutionellen, das Geld kommt, bla bla bla. Und das hat natürlich dann das Top markiert. Okay. Das Top war das Top nicht im vergangenen November. Nein, ich rede jetzt von 2017. Also okay, in dem Jahr das Top. Ja, ja, ja. Also im letzten Bullmarkt. Ja, okay. Ja, verstehe ich schon. Genau, weil, 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 und ich glaube aber, dass die Medien das immer noch nicht gut rüberbringen können. Weil, weil dieses, weil die sind so eventgetrieben. Ja, da passiert etwas und, und dann meistens, wenn man so casual vorbeigeht, ja, glaubt man, ah, da investiere ich jetzt und dann geht es immer in die eine Richtung. Also ich, da sehe ich immer wieder, dieses Problem. Naja, also ich würde einmal sagen, eine, also da sind verschiedene Botschaften jetzt drinnen gewesen. Wenn ich es auseinander glauben darf, für mich, das eine ist eine langfristige Investmentstrategie mit fundierter Information, mit einem fundierten Beratungsgespräch. Das mag oldschool klingen, aber davon bin ich persönlich immer noch überzeugt. Und Bitcoin selber ist natürlich trotz allem eine hoch spekulative Anlageform, sagen wir es einmal so, die sehr stark eine Korrelation aufgebaut hat mit risikobehafteten Assets. Also Aktien und, und, und. Ja, nicht nur, Tech-Aktien. Es gab eine Parallelentwicklung zur Nasdaq, also Zeiten des lockeren Geldes, Zinsen waren tief. Man hat sehr stark die Risikobereitschaft nach oben geschraubt. Vielleicht können wir es also so zusammenfassen. Das hat die Tech-Aktien beflügelt. Natürlich auch die Pandemie, wo also Tech sehr stark gefolgt war. Aber eben auch Bitcoin. Ja, und in dem Moment, wo die Notenbank, notabene die amerikanische Notenbank, hier stärker auf die Bremse getreten ist, war das für Tech-Aktien, keine gute Nachricht, aber eben auch für Bitcoin. Ja, also das würde ich hier schon von einer fundamentalen Beobachtung hier ins Feld führen. Ja, das natürlich, das Dritte, was da drin war in deinen Aussagen, war das Thema Markt-Timing. Und das ist natürlich auch ein mehr als heikler Punkt, weil das notorisch schwer richtig zu erwischen ist. Darum sage ich wieder wie am Anfang, also eine langfristige Strategie, von der halte ich trotz allem immer noch sehr viel. Im Grunde bei entholt? Naja, sich zu überlegen, was man möchte, welche Ziele man erreichen möchte, wie viel Risiko man verträgt, muss ja nicht gleich bei entholt sein, aber schon, wie gesagt, einen Zugang dann über längere Zeit diszipliniert auch. Ist auch nicht leicht. Ist nicht leicht, den auch zu verfolgen. Aber es ist deswegen interessant, weil du hast ja dann die meiste Zeit verbracht, eben mit Aktien und Anleihen, nehme ich an. Ja, und jetzt hast du auch ein bisschen Rohstoffe. Aber weil eben Bitcoin jetzt tradet wie die Aktien, das kann auch sicher auch wieder ändern. Aber es stimmt, dass es derzeit, also es gab, teilweise kannst du dir am Bitcoin-Kurs am Wochenende anschauen, und wir am Montag die Börsen eröffnen. Also es ist eindeutig eine Korrelation da, was ja auch bedeutet, dass einfach mehr auch professionelle Investoren drinnen sind, die das teilweise auch nutzen, um zu hedgen, nach oben oder nach unten. Aber jetzt sind wir schon beim Thema. Und es steht ja Bitcoin quasi auf dem Podcast drauf. Was hältst du denn von Bitcoin? Was soll ich da jetzt darauf sagen? Die Schwierigkeit für mich persönlich und der große Unterschied zu Aktien ist, bei Aktien kann ich in irgendeiner Form eine fundamentale Bewertung vornehmen. Die kann falsch sein, selbstverständlich. Aber ich habe einen Zugang. Ich habe Unternehmensgewinne, ich habe ein Business Model, ich habe in irgendeiner Form Parameter, an die ich mich all halten kann. Bei Bitcoin sehe ich das nicht. Der Konrad Paul Liesmann, mit dem ich eine Veranstaltung schon vor einiger Zeit bestritten habe, hat gesagt, das ist das erste Mal, das ist eine echte Idee, Bitcoin. Aus philosophischer Sicht fand das einen interessanten Gedanken. Das macht es aber auch so schwierig, da jetzt irgendwo einen fundamentalen Zugang zu finden. Und insofern muss man es aus meiner Sicht eben wie eine risikobehaftete Anlageform sehen, wo man eben nicht wirklich sagen kann, wo die Reise, also dort oder dort ist ein unteres Level abgesichert oder so. Klar. Das kann man nicht sagen. Also abgesichert ist eh nichts, ich weiß schon, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also insofern bedarf das schon eines ordentlichen Risikoappetits, um es jetzt einmal so zusammenzufassen. Das ist klar. Ja, aber es ist schon auch eine Wetterfahne geworden für die Risikobereitschaft im Markt. Also das schon. Wenn alle da recht optimistisch und ja, also zinsentief, dann steigt Bitcoin entsprechend und es kann aber dann sehr schnell, wie die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, auch in die Gegenrichtung gehen. Klar, also jeder, der fünf Minuten bei Bitcoin dabei ist, weiß, dass es volatil ist und dass es rauf und runter geht und jetzt geht es halt in einigen Monaten vor allem runter. Das haben wir schon ein paar Mal erlebt. Und es hängt natürlich mit den Zinsen zusammen und da stellt sich die Frage, also du hast es ihr schon in den Raum gestellt, also den Pivot quasi, wieder hin zu lockerem Geld. Also ist das etwas, was wir grundsätzlich erwarten, dass das passieren wird? Der Fed-Pivot? Dass die Fed bis zum gewissen Grad die Zinsen hebt und dann sagt sie, bis hier ist Schluss und dann wird es wieder locker. Davon, also okay. Zwei Antworten darauf. Die erste ist selbstverständlich, weil kein Zinszyklus dauert ewig. Also daher ja. Die Frage, die sich eher stellt, ist Zinsen steigen. Dann wird irgendwann einmal klar, also so aggressiv müssen wir jetzt weiter nicht sein. Und was passiert dann? Der Markt setzt dann teilweise sehr stark darauf, dass sie dann irgendwo gleich einmal in den Modus nach unten gehen und zum Senken anfangen. Jetzt gibt es aber auch Stimmen, die sagen, das ist zu optimistisch. Sie werden eine Zeit lang vielleicht einmal nichts machen und abwarten und schauen, wie die Chips irgendwo fallen und dann erst beginnen mit eventuellen Zinssenkungen. Also wann wir da den Weg nach unten antreten, das ist vielleicht etwas stärker noch offen. Aber dass nie mehr wieder eine Zinssenkung kommt, wenn ich deine Frage richtig interpretiert habe, das glaube ich nicht. Ja, nie mehr wieder ist natürlich klar, dass es irgendwann kommen wird, ist klar. Die Frage ist halt eher, betreten wir jetzt wirklich ein komplett, also es gibt die Theorie, dass wir ein komplett neues Paradigma betreten, Paradigm betreten, wo wir dann wirklich mit steigerten Zinsen über Jahre zu rechnen haben. Ich meine, die meisten Leute glauben es eh nicht. Ich wollte nur wissen, was deine Meinung ist. Naja, dahinter steht natürlich ein bisschen auch die Befürchtung, dass wir diese Inflation nicht wirklich einfangen können oder dass wir uns jetzt an höhere Inflationsraten insgesamt gewöhnen müssen. Diese Aussage fällt immer wieder. Gut, wenn ich das mit letzter Sicherheit wissen würde, würde ich nicht da sitzen. Das ist natürlich auch wahr, aber es spricht schon auch einiges dafür, dass diese 30 Jahre lange Phase von ständig fallenden Inflationsdaten und daher ständig fallenden Zinsen, dass die möglicherweise jetzt irgendwo einen Boden gefunden hat. Ob wir da noch einmal so schnell hineinkommen, das ist irgendwo ein bisschen auch eine Glaubensfrage. Aber gut, die einen sagen, natürlich kommen wir da rein, weil wenn sie die Zinsen heben, fällt alles um, angefangen mit Italien, das kann sich kein Mensch leisten und wir sind viel zu überschuldet und das wird einfach niemand machen, abgesehen davon, dass der politische Druck einfach zu groß sein wird, weil auch die Politiker kein Interesse daran haben, zu hart zu arbeiten, allzu hart zu arbeiten und lieber, es ist immer einfacher, sich über Inflation zu entlasten, als über echte Einsparungen. Und die anderen sagen aber, nein, der Paul hat am liebsten den Paul Volker, das ist sein Vorbild und der hat im Kopf, der will da jetzt voll rein mit der vollen Wucht und diese Inflation zu stoppen. Also zweiteres scheint schon der Fall zu sein, alle Aussagen, die Paul trifft zuletzt, gehen sehr stark in diese Richtung. Er, aber auch andere Notenbanken Notenbanken signalisieren schon, dass sie sehr entschlossen sind, hier diese Inflation jetzt zu bekämpfen. Ganz waren deine Aussagen für mich jetzt aber nicht konkludent. Die EZB hat natürlich einen deutlich heterogeneren Währungsraum zu bespielen als die Fed. Das ist sicherlich hier noch einmal eine zusätzliche Hürde. Aber noch einmal gesagt, viele, vielleicht nicht alle, aber viele Notenbanken signalisieren, heute die schwedische Notenbank 100 Basispunkte gemacht. Viele Notenbanken signalisieren schon die Entschlossenheit, hier sozusagen jetzt gegen diese Inflation vorzugehen. Ja, sie signalisieren sie und in der Hoffnung vielleicht auch, dass es das geht. Und tun sie eigentlich auch, ja. Und die Fed, ich meine, du hast schon grundsätzlich natürlich recht, die Fed ist die US-Notenbank, aber der Dollar ist das Geld der ganzen Welt. Das heißt, was die Fed macht, ist schon auch außerhalb Amerikas wichtig und interessant. Das ist wahr. Zunächst einmal haben sie ein duales Mandat, Preisstabilität und Vollbeschäftigung, was die EZB nicht hat. Aber, das ist vollkommen richtig, sie sind verantwortlich dem Kongress und sind damit für den amerikanischen Wirtschaftsraum verantwortlich. Aber es ist ganz klar, dass ihnen das nicht egal sein kann, was jetzt außerhalb der USA betrifft und dass das natürlich dort auch Auswirkungen hat. Und die Zinsanhebungen und auch der starke Dollar haben natürlich auch eine durchaus nicht gerade inspirierende Auswirkung auf die Emerging Markets, auf die Schwellenbörsen. Das ist auch wahr. Nicht gerade inspirierende, das ist ein bisschen unter... Also im Libanon brechen die Leute jetzt in Banken ein, damit sie an ihr eigenes Geld rankommen. Das ist natürlich ein Extremfall, aber die Dinge fangen immer an, an den Rändern anzubrennen. Also ich meine, die Emerging Markets kommen, wenn das so weitergeht, massiv unter Druck. Das ist natürlich richtig, weil auf der einen Seite, je mehr die Zinsen in den USA steigen, umso mehr die Anleger, gerade auch die amerikanischen Anleger, das Geld dann heimholen, weil warum soll ich mir außerhalb meines eigenen Währungsraums ein Risiko erholen, wenn ich zu Hause eine entsprechende und steigende Rendite bekomme und gleichzeitig die Emerging Markets natürlich ihre Verschuldungen entsprechend hier bedienen müssen. In Dollar, der immer teurer wird, Rohstoffe, die in Dollar bezahlt werden, Energie notabene, wird auch damit immer teurer. Also all das spielt hier sicherlich eine Rolle. Wie sollen wir in Europa mit dieser ganzen Situation umgehen? Die EZB, was soll die machen? Ja, die EZB wird auch weiterhin auf, nehme ich einmal an, oder zeigt sie ja auch, auf die Inflationsdaten, die da jetzt vorhanden sind, entsprechend reagieren. Sie zeigt sich ja auch gewillt hier, die Zinsen anzuheben. Und ich würde schon erwarten, dass das eine Zeit lang durchaus dieser Trend jetzt noch so anhält. Und das aber bei gleichzeitigem irgendwie Versichern über den Antitrans- irgendwas-Mechanismus, dass Italien nicht umfällt. Ich meine, ganz glaubwürdig ist das einfach nicht. Naja, Sie haben, wie gesagt, einen sehr heterogenen Währungsraum zu bespielen, der zum Unterschied von den USA bei den einzelnen Mitgliedsländern des Euros ja auch noch viel mehr Entscheidungsfreiheit lässt, als das eben in den amerikanischen Bundesstaaten der Fall ist. Also von daher sind die Voraussetzungen für die EZB natürlich entsprechend schwierig. Aber das wird ja auch gespiegelt in dem sehr schwachen Euro. Das muss man ja auch sehen. Also nicht nur in den steigenden Renditen, sondern auch in der Tatsache, dass hier eine gewisse Skepsis der Anleger da ist, Angst vor einer kommenden Rezession in der Eurozone, das drückt sich ja in diesem eher schwachen Euro aus. Das heißt, eigentlich hat Europa ein ähnliches Problem wie die Emerging Markets, nämlich das Problem, dass die Leute im Zweifelsfall einfach in den Dollar flüchten, weil da sind die Parameter noch die besten. Also ganz so würde ich es jetzt nicht stehen lassen, aber prinzipiell steckt schon ein Körnchen Wahrheit in deiner Aussage. Das stimmt schon. In einer globalen Sichtweise sind die USA bei weitem in der besten Position. Sie sind räumlich entfernt vom Konflikt in der Ukraine. Sie haben relativzeitig mit Zinsanhebungen begonnen. Sie sind nicht abhängig von russischen fossilen Energieträgern. Also von daher, sie sind selber in vielerlei Hinsicht energetisch autark. Also von daher haben die natürlich hier jetzt, spielt ihnen das sehr stark in die Karten. Dass man jetzt Europa mit den Emerging Markets gleichsetzt, das weiß ich jetzt nicht, aber die dominante oder relativ bevorzugte Position der USA steht außer Frage. Das spiegelt sich in der besseren Performance, vor allem im Dollar, teilweise eben auch in den US-Indizes. Wie ist es denn eigentlich mit China? Ich bin wirklich kein China-Experte. Man hört also hundert verschiedene Sachen zwischen sie werden die Welt übernehmen bis hin, morgen bricht der Immobilienmarkt zusammen und dann ist es vorbei mit China. Was ist deine Sicht der Dinge? Naja, China hat jetzt durch Covid, durch diese Zero-Covid-Policy, durch die immer wieder Schwierigkeiten in den Logistikketten hier schon zurückstecken müssen. Sie werden wahrscheinlich die Wachstumsziele, die sie sich selber verordnet haben, für heuer ordentlich verfehlen. Die chinesische Notenbank versucht hier durchaus Stimulusmaßnahmen zu setzen. Also China, was ich bei China die spannende Frage finde, ist in der Vergangenheit in Krisenzeiten oder danach hat die chinesische Konjunktur immer mal wieder auch einen starken Impuls dann für die westlichen Industrieländer geliefert. Das ist jetzt nicht ganz vielleicht so der Fall. Welche Auswirkungen hat das dann auf uns? Ja, also das ist schon etwas, was durchaus hier zu beobachten ist, beziehungsweise natürlich auch, jetzt kommt dann Herbst, Winter, wenn da wieder mehr Covid-Fälle sind, wenn sie dann wieder ganze Millionenstädte abriegeln, welche Auswirkungen hat das auf die Konjunktur in China auch vor dem Hintergrund, dass es ja durchaus, sagen wir es einmal, vorsichtig Unternehmen gibt, die zumindest ihr Engagement in China nicht unbedingt mehr ausweiten, aus genau diesem Grund, weil eben über Nacht dann ganze Millionenstädte abgeregelt werden. Ich meine, warum? Also einfach nur aus Prinzip, einfach nur um zu sagen, wir machen hier jetzt Zero-Covid und wenn es einen Fall... Warum China das macht oder warum die Unternehmen da... Nein, warum es die Unternehmen machen, ist klar, weil quasi die Sicherheit der Investitionen einfach nicht gewährleistet ist, aber die, aber warum es China macht, verstehe ich nicht, die Wirtschaftszahlen sind ja für die chinesische Führung wahnsinnig wichtig, also verstehe ich nicht wirklich, warum sie sich da selbst sabotieren. Ich bin auf dem Gebiet kein Experte, aber was ich immer wieder lese, ist eine Achillesferse von China sind die vergleichsweise niedrigen Impfraten in der älteren Bevölkerung. Offensichtlich in Asien insgesamt, insbesondere in China doch eine gewisse Skepsis gegenüber Impfungen. Eine Zeit lang gab es ja zum Beispiel in Peking, das habe ich beobachtet, die Aussage wie bei uns, dass man eben in Museen oder öffentliche Orte und so weiter nur geimpft hinein darf. Was aber bei uns nie passiert ist. Ja, aber... Wir haben nur der Welt erzählt, wir machen das jetzt und dann haben wir alle berichtet, die Österreicher machen das jetzt und dann haben wir es nicht umgesetzt. Typisch österreichischer Weg. Gut, aber wie auch immer jedenfalls wurde das angedacht und wurde dann aber sofort wieder zurückgenommen. Also sie haben offensichtlich in der älteren Bevölkerung eine, gerade eben auch in der verwundbaren Altersklasse, eine relativ niedrige Impfquote. Das scheint offensichtlich hier eines der Probleme zu sein. Aber wie gesagt, jetzt kann man natürlich sagen, ich bin auf dem Gebiet wirklich kein Experte. Aber das ist das, was ich lese. Es ist ja fast schon nostalgisch noch über die Pandemie zu reden heutzutage mit Inflation und Krieg und Zinsen und Märkten und so weiter. Ich habe mal gelesen, dass es tatsächlich so ist, dass sie von Anfang an so strikt umgegangen sind und die Lockdowns so strikt waren, dass es nie auch nur zu einer Ansatzweise auch durch Seuchung gekommen ist und deswegen die Leute, die Leute sich dann auch nicht geimpft haben, weil sie quasi die Gefahr nicht gesehen haben und die dann in der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, achten, zehnten, was auch immer, welche Welle wir jetzt hingekommen ist. Aber gut, es ist weit weg, wir wollen hier nicht spekulieren. Ich wollte das Bild vervollständigen. Was war denn in deiner Karriere so, was war denn die erste Krise, die du mitbekommen hast? Die erste Finanzkrise oder Börsekrise? Na ja, was kann ich da drauf sagen? 94 bin ich damals in die CA gekommen. Die CA ist die Kreditanstalt? Ja, für die Nicht-Nostalgiker, gut. Wir haben nicht nur die Nicht-Nostalgiker, wir haben 70 Prozent Zuseher und Zuhörerinnen in Deutschland. Ach, ich verstehe alles. Ja, ja, ja. Also die Kreditanstalt ist eine der beiden Banken, die dann zur Bank Austria sozusagen hier, oder die von der Bank Austria, stimmt auch nicht, die Kreditanstalt wurde von der Bank Austria dann übernommen. Und die Zentralsparkasse war die andere, oder? Nein, Zentralsparkasse und Länderbank haben zur Bank Austria fusioniert. Ah ja, genau. So ist es richtig. Okay, okay, okay. Zentralsparkasse, genau. Weil ich, also ich noch erinnere, heute heißt das Z ja leider Gottes was anderes, aber ich kann mich noch erinnern an das große Z. Die Zentralsparkasse war überall zu sehen. Richtig. Also Zentralsparkasse und Länderbank haben zur Bank Austria fusioniert, so ist es. Und die Bank Austria hat dann die Kreditanstalt übernommen, 1997, glaube ich. Und daraus ist dann die Bank Austria entstanden, so wie sie heute ist, mehr oder weniger. Richtig, richtig, ja. So, und die Frage hat gelautet, was ist die erste Krise, an die ich mich erinnern kann? Also 1994 bin ich in die damalige Kreditanstalt gekommen und damals war die Mexiko-Krise, in der Clinton mit Executive Order denen de facto etwas überspitzt formuliert, nämlich den Mexikanern, einen Scheck geschickt hat. Und das war eigentlich die erste große Marktkrise, an die ich mich erinnern kann. Gleich mal ein Bailout. Ja, so gesehen, ja. Die Mexiko-Krise, die kann ich mich nicht erinnern, das war mitten, da war ich in der Schule, ja, und da habe ich mich jetzt noch nicht so für finanzinteressiert, außer das Taschengeld. Was hast du denn, was war denn dein erster Job in der Bank? Ich habe jetzt nur lachen müssen, weil ein Gentleman, eine Dame natürlich nie daran erinnert, wie alt sie ist. Aber... Ich dachte, man fragt nicht. Aber man kann das natürlich subkutan einstreuen. Gut. Was war mein erster Job in der CA im 94er-Jahr? Ja, ich war am Institutional Sales Desk, also Betreuung institutioneller Kunden und habe da durchaus vom Anfang an im Research gearbeitet, aber damals gab es noch ein physisches Archiv und für das war ich zuständig. Das heißt wirklich, also du hast von Anfang an im Research, das ist sehr interessant, das heißt du hast von Anfang an quasi mit Daten und Ding. Das hat man auch vorher gemerkt, wie du über Bitcoin gesprochen hast, das ist dieser klassische natürlich Research-Zugang, mit welchen Daten soll ich arbeiten? Das heißt, was mir eingefallen ist, bei dem war eher so digitaler Rohstoff, da hast du dieselben Probleme. Da kannst du auch mit den Förderkosten arbeiten, aber am Ende des Tages weißt du immer noch nicht, ob es dir wäre abgekauft. Ja, so gesehen ja. Okay, das heißt du bist damals wirklich runtergegangen in den Keller und hast nach den richtigen Daten gesucht, nach den richtigen Nummern oder wie kann man sich das vorstellen? Der Keller war es nicht, sondern es gab eben da einen großen Kasten, wo die diversen Unterlagen drinnen waren und es war meine Aufgabe, das zu warten und gegebenenfalls dann herauszusuchen. Und da war Bank, war noch, wie soll ich sagen, da gab es noch keine Turnschuhe und keine Bloomberg Terminals und... Nein, Bloomberg gab es sehr wohl, selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. Das gab es schon. Also das gab es schon, Turnschuhe gab es auch, aber in der Bank waren die vielleicht noch nicht so akzeptiert. Nein, nein, ich weiß schon, dass es Turnschuhe gab. Ich habe nur gemeint, es war eine... Okay, und dann nach ungefähr zehn Jahren bist du schon aufgestiegen zur Chefin des Researches im Private Banking. Nach fünf Jahren, nein, nein, 90 bin ich head of research geworden. Meine, meine, meine... Also kurz vor einem Dotcom-Crash quasi. So gesehen, ja. Also hast du dann... Naja, dazwischen kam, wenn du jetzt schon fragst nach den Meilensteinen, dazwischen kam die Asien-Krise, 97, diese Emerging Markets-Krise, dann mit Long-Term Capital Management, der Hedgefonds, der einen Bailout bekommen musste. Also eine faszinierende Geschichte, das waren Nobelpreisträger, oder? Richtig, die einen Hedgefonds gegründet haben, wo Greenspan damals die Marktteilnehmer davon überzeugen musste und natürlich auch die Politiker, dass sie Geld dafür locker machen müssen, diesen Hedgefonds aus der Bredouille zu holen, weil die Kosten sonst noch viel höher werden. Aber die haben das auf... Das war in den... Welches Jahr war das? Das war, wenn ich richtig mich entzinne, 97. Und die haben das bekommen, weil du sagst von den Marktteilnehmern, das heißt tatsächlich auch von Banken, oder? Ja, ja, das war eben das Thema und man sagt, aber das ist ein Gerücht, das weiß ich nicht, dass die einzigen, die nicht mitgezahlt haben, war der Bear Stearns und als Bear Stearns dann eben in die... Ich glaube, es war Bear Stearns, ja, dass die eben bei Long-Term Capital Management nicht mitgezahlt haben und dass sie deshalb dann sozusagen, als sie in die Schwierigkeit kamen, bei zwei Dollar hat sie JP Morgan dann übernommen. Bear Stearns? Bear Stearns. Das war Karma, meinst du? Das ist deswegen interessant, weil natürlich so Greenspan, das ist schon interessant, Greenspan war ein Goldbug. Einer, der gesagt hat, in Abwesenheit des Goldstandards kannst du dich nicht vor der Inflation schützen. Und dann ist er einer der größten Inflationäre überhaupt geworden, spätestens mit 2000, mit dem Dotcom-Crash. Aber er hat es damals noch versucht, quasi eine Marktlösung zu finden. So wie man auch 2008 den Warren Buffett angerufen hat und gefragt hat, ob man nicht gern zugreifen würde. Man hat die Banken in New York zusammengetrommelt und eingesperrt quasi und gesagt hat, bis ihr nicht einen Deal gefunden habt, kommt ihr nicht mehr raus. Aber es hat alles nicht funktioniert im Fall von Lehman Brothers. Das ist richtig. Also man hat nicht gedacht, dass Lehman Brothers nicht gerettet wird. Siehe, deshalb habe ich das mit Long-Term Capital Management gesagt, weil man gedacht hat, jetzt kommen wir dann dorthin. Und in Wirklichkeit war das eben dann natürlich der Auslöser der Krise, dass man hier diese Investmentbank nicht gerettet hat und dann die sehr schmerzliche Lektion gelernt hat, sie nicht zu retten, war aber noch teurer. Lehman Brothers. Lehman Brothers, ja. Deswegen hat man ja, glaube ich, vier Minuten später AIG dann schon gerettet. Ja, also man hat dann schon gesehen, es ist unpopulär, aber man muss es machen, weil sonst ist es noch teurer. Kennst du die Geschichte von Hank Paulson, dem Mistkübel? Nein. Es gibt ein Buch, in dem, und er hat es nie widersprochen, dass es eine Phase gab in der 2008er Krise, die ja wirklich im Kern des Finanzsystems war. Ja. Wo er so Angst hatte, dass ihm der Laden wirklich um die Ohren pflegt, dass er in den Mistkübel gekotzt hat, in seinem Büro? Diese Geschichte kenne ich nicht. Sie ist, es tut mir leid, um jeden, dem es nicht gut geht, ich wei. Also ich finde das ein bisschen, ja, das ist ein bisschen untergriffig. Was ich sehr wohl mich erinnern kann, ist, dass bei einer dieser Notensitzungen, bei dieser Notsitzung ihm schlecht geworden ist. Also dass er da, er musste hinausbegleitet werden, weil es war ihm dann nicht gut, ist eh klar. Na eh, ich erzähle das nur, weil ich meine, Hank Paulson war zwei Meter großer gestandener Wallstreetbanker, ja, der bei seiner Angelobung noch mit beiden Händen in der Hosentasche dort gestanden ist und die alle haben gefragt, was ist jetzt los? Und der hat das halt gewusst. Also ein Politiker heute, in seiner völligen Ignoranz, würde vielleicht gar nicht wissen, was alles auf dem Spiel steht, aber der hat das schon gecheckt, ja. Ja, natürlich. Und deswegen finde ich, also damals hatten wir wirklich diesen Herzinfarkt im System, aus dem ja dann auch die Inspiration für Bitcoin entstanden ist, oder zumindest was das Timing betrifft. Die Inspiration geht Jahrzehnte zurück, aber was das Timing betrifft. Und dann haben wir wieder, was mich immer gewundert hat, auch dann 2020, dann haben wir wieder einfach das irgendwie geflickt und drei Tage später haben wir so getan, als wäre nie was passiert. Gebe ich nicht ganz recht. Also die Regulatorik hat seither Riesenfortschritte gemacht, das würde ich jetzt einmal auf jeden Fall sagen. Der große Unterschied zwischen der Finanzkrise und der Corona-Krise, das haben wir aber eh schon durchgehechelt, ist, dass die Finanzkrise aus der Branche selber kam. Das war in der Corona-Krise nicht, ja. Also das war irgendwie, deshalb sage ich ja, die aktuellen Parameter kommen eher von außen und machen aber deshalb natürlich auch die Prognose noch schwieriger und noch unsicherer nicht, dass es damals leichter gewesen wäre, auch war. Aber damals war sozusagen das Epizentrum unsere Branche selber. Und jetzt ist sie das nicht. Jetzt ist man abhängig von dem, was an den Energiemärkten passiert oder in der Ukraine oder was auch immer. Und letztlich hat jemand gesagt, und auch das stimmt, dass die Corona-Pandemie letztlich eine Naturkatastrophe war. Und auch das ist wahr. Aber wenn du sagst unsere Branche selber, also war das so in der Finanzkrise, gab es da für dich einen Moment, wo du dir gedacht hast, naja, jetzt muss ich mal einen neuen Job suchen, weil das klappt jetzt alles zusammen? Nein. Also die Gefahr war für dich persönlich nicht da? Ich habe sie nicht gesehen und ich muss sagen, ich kann mich an keine Zeit in meiner Berufslaufbahn erinnern, um diese implizite Frage jetzt zu beantworten, wo ich ähnlich gefordert und ähnlich im Einsatz war wie damals in der Finanzkrise. Also ich war ununterbrochen am Erklären, am Telefon, mit den Medien befasst, mit den verschiedenen Kollegen befasst, Informationen zu geben. Gleichzeitig diese Information natürlich auch zu mir zu nehmen. Das war auch ein ganz wesentlicher Teil der Gleichung. Ich muss ja sozusagen hier auch aufnehmen, was denn passiert. Also ich kann mich durchaus, um jetzt hier ein bisschen das auch so vorweg darzustellen, erinnern, dass ich dann am Samstag in der Früh nach dem Aufstehen so auf der Bettkante gesessen bin und das Gefühl hatte, als hätte man jemand mit einem Brett am Kopf geschlagen. Also ich war einfach, insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass jemand dann vielleicht auch einmal schlecht wird. Das war wirklich körperlich extrem anstrengend. Aber ich war im Dauereinsatz. Also ich hatte nicht das Gefühl, da jetzt in irgendeiner Form gefährdet zu sein. Nein, weil du, es klingt eher mal darum zu verstehen und zu erklären. Richtig, richtig. Du bist jetzt in Pension bei der Bank und deine Rolle bei der österreichischen amerikanischen Gesellschaft ist sozusagen deine offizielle Rolle. Aber das heißt, du bist, findest du es nicht interessant, weil du merkst jetzt wahrscheinlich, dass das Interesse an Finanzen und Aktien und Märkten, das du vorher 30 Jahre lang betreut hast, heute eigentlich so groß ist wie nie zuvor, oder? in der Öffentlichkeit. Ja, das stimmt. Wobei, ja, okay, stimmt. Wir jetzt gerade aus unterschiedlichen Gründen aber auch wieder so eine Phase erleben, wo die Märkte sehr stark ein Thema sind. Also das war immer so, wenn es dann wieder eine Phase gibt, wo eigentlich alles ganz gut läuft und relativ wenig los ist und möge diese Phase bald wieder kommen aus tausend Gründen, dann lässt meistens auch das öffentliche Interesse an den Märkten ein bisschen nach. Dort sind wir im Moment aber nicht. Wir haben tausend Probleme gleichzeitig zu bewältigen. All das spielt die Börse wieder und so eine Phase haben wir jetzt gerade wieder. Aber das ist schon faszinierend, fast frustrierend, oder? Dass es gerade, wenn es gut geht, also wenn die Märkte quasi das tun, was sie sollen, also das Wachstum abbilden und man kann ja auch investieren und mitwachsen und so weiter, dann geht das Interesse zurück? Ja, das ist wahrscheinlich irgendwo auch dieser, ja, man kann, sich von dem wahrscheinlich nicht ganz lösen, eine gewisse Schlagzellenmentalität, dann ist nichts los. Es gibt ja nicht umsonst auch den amerikanischen Spruch, never short at all market. Wette nie gegen einen Fadenmarkt, weil im Zweifelsfall wieder steigen. Wenn jemand jung ist, ja, und jetzt vielleicht zuhört und vielleicht ein bisschen sich mit Bitcoin beschäftigt hat und sich auch mit anderen Dingen beschäftigen möchte, wie, wie, was ist sozusagen der Weg für dich? Wie geht man vor? Was, was muss man sich anschauen? Was muss man wissen? Also, was einmal auf jeden Fall nicht schlecht ist, wenn man sich mit dem Thema Finanzen einmal beginnt zu beschäftigen. Also, das, glaube ich, steht einmal im Vordergrund. Es ist ein etwas trockenes Thema oder es ist scheinbar trockenes Thema. Das schreckt manche ab. Es ist sicherlich auch ein Gebiet, wo Frauen Nachholbedarf haben. Ja, also Frauen müssten sich mit dem Thema sicherlich oder sollten sich mit dem Thema mehr beschäftigen, als das vielleicht immer der Fall ist. Financial Literacy, Finanzbildung für Frauen ist das sicherlich ein großes Thema. Ich würde einmal sagen, selber versuchen, einfach sich dem Thema anzunähern, selber ein bisschen ein Interesse dafür aufzubauen. Man muss ja nicht sofort zum Experten werden. Aber, dass man dann auch in einem Beratungsgespräch vielleicht aus dem mehr herauszieht, sich dann sozusagen mit diesem Thema auseinandersetzt. Was will ich erreichen? Welchen, wenn ich sehr jung bin, habe ich einen entsprechend längeren Zeithorizont? Ich will für die Ausbildung meiner Kinder oder für meine eigene Pension oder fürs Eigenheim oder was auch immer einen Kapitalpolster bilden. Wie mache ich das? Welche Möglichkeiten gibt es? Aber schon auch selber das Thema einfach ein bisschen in den Alltag hineinnehmen und immer wieder dazu was lesen. Das würde ich, vielleicht ist das der Tipp, den ich mitgeben möchte. Und zwar auch außerhalb jetzt dieser Phasen, wo es Panik und Crashangst herrscht. Ja, weil ich immer folgende persönliche Beobachtung gemacht habe. Also wenn man jemanden fragt, was er für ein Auto hat. Ich kenne niemanden, der dann nicht sofort losrattert, Marke und was das Auto kann und was weiß ich. Und dann, ja er hat einen Fonds. Welchen Fonds hast du denn? Das weiß ich nicht. Das ist in mehr als 99% der Fälle die Antwort. Beim Auto ist es die Antwort nie. Und da würde ich ansetzen. Was ist in dem Fonds drin? Wie heißt er? Was tut der? Also einfach sich da einmal ein bisschen mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Das würde ich nicht schlecht finden. Ein Auto ist ein depreciating asset, von dem man nicht ewig was hat. Das muss man schnell kennenlernen. Den Fonds kann man sich später auch noch anschauen im schlimmsten Fall. So würde ich das nicht sehen. Er hat eine weitreichendere Konsequenzen. Es ist einfach etwas, was den Leuten halt mehr sagt. Ja, ja, ich weiß, war ein Scherz. Aber ich glaube, du sprichst einen interessanten Punkt an, der auch wirklich, dann wirklich auch viel mit Bitcoin zu tun hat. Weil wir sitzen hier oft und reden über wirklich verkopfte Sachen. Wirklich, ich meine, wir haben ja jetzt schon bei Long-Term Capital Management und was auch immer, die meisten Leute wollen nur ihre Ruhe haben. Und da ist natürlich, was ich sehe, die Marktkraft von Bitcoin ist enorm. Also die Markenkraft, die Markenkraft. Es kennt jeder, es ist spannend, es ist aufregender, du kannst investieren, es ist permissionless, es ist wunderbar. Gold natürlich auch. Gold hat eine Klassische, es wirkt ein bisschen fad, ist ein bisschen mühsam, das Metall. Weil, ja, auf den Fonds gibt es dann den Trend zu den ETFs und da gibt es dann ein paar Kult-ETFs, ja, den Fuzi All World oder den MSCI World, ja, der halt so lange von den YouTube-Kanälen gedroschen wird, bis er wirklich, bis du was dir darunter vorstellen kannst. Aber natürlich, es gibt ja 10.000 ETFs und ich glaube, was 40.000 Mutual Funds, also gemanagte normale Fonds, die können ja nicht alle irgendwie ein Image haben. Also da muss ich ja wirklich unter die Haube schauen quasi, um rauszufinden, was drin ist. Ja, und daher, was ist deine Aussage? Na, meine Aussage ist, dass ich das bei denen, die sich ein bisschen damit beschäftigen wollen und konzentrieren wird auf diese großen Namen, ja, von den kleinen Legern her jetzt. Na, das hat nichts mit den Namen zu tun, sondern einfach sich einmal die Frage zu stellen. Also wie gesagt, das habe ich im privaten Umfeld ausprobiert, wenn man die Leute fragt. Er oder sie hat einen Fonds, was ist da drinnen, das weiß ich nicht. Das hat ja mit dem Namen des Fonds nichts zu tun. Es wäre einmal nicht schlecht, sich die Frage zu stellen, was macht denn der Fonds überhaupt? Ja, aber wenn ich jetzt sage, ich habe einen MSCI World, dann was ist da drinnen, die gesamte Developed World. Das würde ja schon reichen, wenn er sagt, ich weiß, ich habe einen Aktienfonds oder einen gemischten Fonds. Achso, wir sind noch bei der ICET-Klasse. Na sicher, das wissen die Leute nicht. Achso, okay. Also wie gesagt, das ist keine Wissenschaft und es gibt wahrscheinlich, ich weiß nicht, schreiben jetzt dann die Leute zurück, dass sie das schon wissen, keine Frage. Es ist unwissenschaftlich, aber wenn man die Leute fragt, was tut der Fonds? Das weiß ich nicht. Also, ja, es ist ein sperriges Thema und da denke ich einfach, sich ein bisschen mit dem auseinanderzusetzen würde helfen. Glaubst du, dass das gescheit ist, wenn die Leute dazu gezwungen sind, quasi in Aktien zu sparen, unter Anführungszeichen? Es ist ja niemand gezwungen. Wieso gezwungen? Das finde ich nicht. Naja, wenn das Geld am Sparbuch liegen bleibt, dann wird es ja nicht mehr wert, dann wird es weniger wert. Das ist richtig, aber deshalb ist ja trotzdem niemand gezwungen, irgendwas zu tun. Also diesen Schluss halte ich nicht für richtig. Also nicht gezwungen dann, wenn man seine Kaufkraft erhalten möchte? Das ist richtig, wobei das im heurigen Jahr natürlich auch nicht der Fall ist, weil wir entsprechend fallende Kurse haben. Aber im Prinzip war das in den letzten Jahren sicherlich die einzig mögliche Antwort. Das ist schon wahr, ja? Aber trotzdem ist das Wort Zwang aus meiner Sicht hier deplasiert. Ja, okay, aber ich wollte ja darauf hinaus, ob das ein Zeichen eines größeren Problems sein könnte. Naja, wir haben jetzt sehr lange eben diese Niedrigzinsphase gehabt, aber wie wir ja ad extensio vorhin diskutiert haben, ist die jetzt möglicherweise vorbei und vielleicht viel länger vorbei. Also damit ergeben sich ja jetzt auch dann irgendwann einmal am Sparbuch oder bei Anleihen oder was auch immer, bei Anleihen wahrscheinlich eher noch weniger, aber auf Sicht vielleicht auch dort, dann wieder auch andere Investmentchancen. Wenn es dreht. Wenn die Zinsen drehen. Das ist richtig, beziehungsweise was man ja zum Beispiel in Amerika auch sagt, die ganzen Pensionisten, die ja da viel stärker als bei uns auf ein Investment am Kapitalmarkt angewiesen sind. Ganz eindeutig schadet das dem Aktienmarkt, wenn gewisse Levels im zehnjährigen Bereich erreicht werden, drei, vier Prozent, denn das ist ein Zinsniveau, wo so ein Pensionist dann so einen US Treasury auf zehn Jahre dann kauft und sozusagen von diesem jährlichen Coupon dann entsprechend hier, unabhängig davon, was dann mit den Kursen passiert, das entsprechend hier lukriert. Also das ist schon auch eine Konkurrenz dann für den Aktienmarkt. Also wenn die Zinsen so steigen, können die Boomer, die jetzt gerade in Pension gegangen sind, ihr Geld in sichere Staatsanleihen stecken. Amerikanische, genau. Und ziehen sie aus dem Aktienmarkt ab und das würde dann den Aktienmarkt unter Druck bringen. Das ist das, was du sagst. Ja, das ist schon eine Überlegung, weil in Amerika sehr viel stärker über den Kapitalmarkt auch sozusagen Pensionisten da sehr viel stärker auch engagiert sind. Vorletzte Frage, gibt es so etwas wie einen echten Inflationshedge überhaupt? Als Anlageklasse? Naja, da gibt es immer wieder Studien dazu. Man sagt, dass Immobilien das sein könnten oder eben Realassets, also unter anderem schon auch Aktien als Unternehmensbeteiligungen. Gold erweist sich da in der derzeitigen Situation jetzt gerade nicht als so erfolgreich, weil es unter diesen steigenden Zinsen offensichtlich stärker leidet, als es seine Funktion da als Krisenasset ausspielen kann. Aber auch Gold ist seit der Pandemie um, glaube ich, 40 Prozent oder so gestiegen. Ja, aber zuletzt angesichts dieser Inflationsraten hat Gold hier absolut nicht performen können und ist eben entsprechend hier durch die Zinsbedrohung unter Druck gekommen. Ja, aber hat irgendwas performt? Der Dollar? Der Dollar. Aber wie auch noch? Der kommt von 1,15 vor der Invasion. Das ist die, würde ich einmal sagen, bei weitem erfolgreichste Anlageklasse. Heuer. Wenn ich jetzt auf YouTube schreibe, der Dollar ist die erfolgreichste Anlageklasse, wenn die Leute fragen, die sagen, der spinnt. Aber du hast natürlich recht, ja? Also von den klassischen Sachen, die mir jetzt so ad hoc einfallen, denke ich mal, ja. Jetzt hätte ich von dir gerne noch zwei Szenarien. Das Worst-Case-Szenario, sozusagen für die Märkte, die Krise, weil wir haben angefangen mit einer multiplen Krise. Wir haben Pandemie, wir haben Krieg, wir haben Invasion. Die Leute sind wirklich nicht gut drauf. Jetzt wird es auch noch dunkel und kalt. Ja. Wo kann das hinführen, wenn man das nicht irgendwie unter Kontrolle kriegt? Und das Best-Case-Szenario ist, wie erholt sich das Ganze wieder in Richtung einer der schönen Welt der 90er Jahre? Ha! Bevor ich das beantworte, sage ich drauf, das ist ein Spruch, den ich einmal wo gelesen habe. Man soll sich immer vor Augen halten, in ein paar Jahren wird man die Gegenwart als die gute alte Zeit bezeichnen. Ja, also das stimmt schon. Also eine, vielleicht nicht von dir intendierte, aber meine erste impulsive Antwort wäre, das Worst-Case-Szenario ist, dass ein bewaffneter Konflikt daherkommt und unsere persönliche Sicherheit, unser Leben, unser Zuhause und unsere Unversehrtheit hier bedroht. Das wäre aus meiner Sicht das bei weitem Schlimmste, was uns passieren kann. Das ist wahrscheinlich das Worst-Case-Szenario, ja? Aber das war, glaube ich, nicht ganz deine Frage. Es hat ein Analyst jetzt einmal im Fernsehen gesagt, Europe is a disaster, Amerikaner natürlich, Ja, also sicherlich von den Finanzmarkt-Szenarien wäre die Downside sicherlich hier eine, dass wir eben diese Energiekrise nicht in den Griff kriegen, verstärkte Rationierung von Gas oder Energie oder Strom oder was auch immer und entsprechend Rezession und der Ausblick, dass wir das irgendwo, diese Krise nicht so schnell lösen können. Weil dann rollen wir wirklich in eine reale, sich ständig ausweitende Krise, weil dann, wenn das Strom wird rationiert, die Unternehmen können nicht mehr herstellen, können die Mitarbeiter nicht mehr bezahlen und das ist viel schlimmer als jede Finanzkrise, die ich ein bisschen mit frischem Geld zuplastern kann. Vielleicht auch das, ja? Also das wäre aus meiner Sicht schon ein Szenario, von dem ich nicht erwarte, dass es eintritt, das möchte ich jetzt auch noch einmal sagen und das aber natürlich auch in den Kursen in keinster Weise so drinnen ist. Im Gegenteil und jetzt kommt der zweite Teil deiner Frage. Es zeichnet sich zuletzt eine deutliche Entspannung beim Gaspreis ab. Es zeichnet sich ab, dass wir das eher tendenziell in den Griff kriegen, dass es uns gelingt, zwar unter Aufbietung von mehr Geld, aber doch die russischen Gaslieferungen hier zumindest zu einem Teil zu substituieren. Es gibt Prognosen, der Goldman Sachs zum Beispiel sagt, dass der Ölpreis nächsten Sommer da um die 50 sein wird, was natürlich auch durch einen Einbruch der Nachfrage betrifft. Also das muss nicht nur ein optimistisches Szenario sein, sondern das kann dann schon diese berühmte Demand Destruction sein, dass also eben Rezession verstärkt kommt oder dass auch China noch einmal Lockdowns hat mit Covid etc. Plus es kann auch sein, dass der Dollar einfach weiter so stark steigt, dass es für uns bleibt steuer. Ja, richtig. Also das würde hier auch noch einmal zu Belastungsfaktoren führen. Aber es mag jetzt wirklich auch das eintreffen, was wir auch zu Beginn gesprochen haben, nämlich dass die Unsicherheit im Vorfeld eigentlich die größte ist. Und wenn wir einmal so einen Winter einigermaßen überstehen können und bewältigen können, dann wäre aber auch hier schon etwas geschafft, wo man dann sagen kann, okay, dann ist das aber keine Terra Incognita mehr, sondern dann haben wir das einmal vielleicht mit diesen oder jenen Blessuren aber doch bewältigt. Und wo können wir, was können wir lernen, wo können wir es besser machen und da uns dann sozusagen weiter nach vor handeln. Und dann könnte ich mir aber schon eine dauerhaftere Wende nach oben vorstellen. Wenn nicht noch irgendeine exotische Krise kommt, von der, mit der wir nicht gerechnet haben, nicht? Weil derzeit scheinen die ja auf uns einzuprasseln. Das ist unbestritten wahr. Und was sich auch zeigt, um da also diese Börsenweisheit auch noch unterzubringen, dass die wirklichen großen Korrekturen immer aus einer Ecke kommen, mit der man nicht rechnet. Also Inflation, dass die irgendwann einmal wiederkommt, das war eine oft gehörte Aussage. Aber ich würde mal sagen, also für mich persönlich gilt es hundertprozentig, niemand hat gedacht, dass wir so eine Pandemie noch einmal kriegen und dass wir so nahe einen bewaffneten Konflikt bekommen, dass das wohl auch nicht. Also die auslösenden Faktoren haben, glaube ich, die wenigsten gesehen, ich persönlich ganz sicher nicht. Und insofern bewahrheitet sich, dass die Krise dann doch wieder aus einer Ecke kommt, die man eigentlich nicht erwartet hat. Gut, Monika, ich hatte meine Chance, mit einem positiven Schlusssatz zu beenden. Die habe ich jetzt verpasst, weil ich gleich wieder die Krise reingehaut habe. Ich hoffe, dass das Best Case Scenario eintritt. Wir werden es sehen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke, dass ich da sein durfte. Es war mir ein Vergnügen.